heute geht es um meine short videos und ja ich muss ja mal sagen die sind ja ich ja schon mal in der vorherigen video gesagt habe wo ich versucht habe so ein bisschen das zu erklären die sind ja immer heiß diskutieren und ich muss auch immer wenn ich so die reaktion darunter lese muss ich immer sehr stark schmunzeln was soll ich sagen vielleicht sollte man nicht alles so ernst nehmen was man so sieht also wie gesagt ich muss immer sehr sehr schmunzeln egal was da geschrieben wird oder was dann da steht unter den short videos ja aber das wollte ich jetzt noch mal gesagt haben